Frühjahr heißt auch immer Schafschuertag und heute ist der große Tag. Dazu habe ich meinen Holzgatter aufgebaut und dann haben wir mit Zäunen hier so einen Trichter gebaut und haben die dann von der Weide rüber gelockt mit Hafer und haben die hier entlang gelockt und jetzt sind sie im Stall und jetzt warten wir auf die Franziska und Franziska macht heute die Schafschuhe. Das erste Mal übrigens, sonst ihr wisst ja, ich habe es ja schon gefilmt, habe ich die immer von Hand und selber geschoren, aber wir haben ja ein bisschen zugelegt. Wir haben ja jetzt elf adulte und das ist mir dann doch too much und deswegen heute erstes mal professionelle Schafschuhe. Ich bin gespannt, was die Mädels dazu sagen. der hat mir geschenkt. der hat mir geschonet und der weiß. Alle geschoren? Nagi, Franziska aus Sechser, die hier die ganze Region schert. Es ist erstmal gewöhnungsbedürftig für die Mähs, aber wenn man sich das anschaut, ich glaube denen geht es ganz gut. Einmal im Jahr ist es halt soweit, da muss der Pulli runter. Und der Bock sieht nicht mehr gefährlich aus. Aufräumen ist ein gutes. Tschau, tschau!